Erforderliches Geld 4000 Okay Warum ist die ganze Zeit die alte beim Auto? Sorry, aber warum? Warte mal, Barrierefreiheit, Untertitel, damit ich gar nicht mitkrieg, dass die überhaupt reden, geil! All right Rivalen Okay, rein da Das war nichts mehr von der Loa Welche Loa? Welche Loa? Ja 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 Ich fahre dir Es ist die Zentrale, ich fahre den Streetwaster hinterher. Pst, ich fahre doch! Easy, baby! Wie heißt das Land, wo ich die Fahne von hab? Wie heißt das Land? Albanien, baby, Albanien, ey, Albanien! Ey, wir haben die Cops! Gibt's hier Person erwischen willig, Leute! Streit, schlägt sich der Jagd an, Zentrale! Oh! Wagen zuletzt bei Douglas Park gesichtet! Wir kommen nicht weiter! Zielfahrzeuge entkommen! Abruf! Ah! Da fahren wir hin! Wagen! 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 Die Die Driftphysik ist so weird Die ist so weird Die Driftphysik, holy shit So weird Was? Holy shit Wo wollen sie die Verneister gehen? Diese Verrückten fahren sich gegenseitig Oh mein Gott Die Steuerung Sorry Es ist legit clunky Sorry Sorry Okay, das müssen wir noch mal probieren. Oh, kann man nicht. Was? Okay, Chad. Wie mache ich das aus, dass automatisch mein Auto nach hinten guckt, wenn ich nicht Gas gebe? Warum? Was ist das? Wie geht das? Es liegt nicht am Stick. Es liegt nicht am Stick. Ja, es liegt nicht am Stick. Okay. For the more. Ja. Wie nehm ich den eingehenden Anruf an? Warum schaut das Spiel die ganze Zeit nach hinten? Es ist so nervig. Warte mal. Ich muss es jetzt googeln. Ich muss es jetzt googeln. Das ist einfach so vom Spiel. Warte mal. Ist da? Einstellung. Steuerung. Todeszone. Liegt das am Stick? Liegt das am Stick? Warte mal. Ich mach mal kurz bei Steam. Kontrollereinstellungen. Kalibrieren. Die sind perfekt. Die Sticks sind perfekt in der Mitte. Die Sticks sind absolut perfekt in der Mitte. Die Sticks sind absolut perfekt in der Mitte. Die Sticks wird kalibriert. Stabile Ebene Fläche. Okay. Kann das nicht irgendjemand googeln woran es liegt? Das ist echt ätzend. Okay. Hat das jetzt irgendwas geholfen? Nö. Ich glaube es ist einfach das Spiel. Hammersheim. Okay. Ah. Ich kann mal gucken, ob es mit mir aussieht, dass das auch so ist. Na los. Ha. Rüdiger, wer? Kein Vorspiel? Ist das ein Date? Ich brauche nur eine Fahrt. Oder hast du ein Problem? Schon gut, Kumpel. Ich mach es. Ha. Smalltalk ist wohl nicht so deins, oder? Konzentriere dich lieber aufs Fahren. Kein Problem. Ich muss die Stille nicht mit Reden füllen. Ich doch nicht. Mach mir nichts aus. Still hinter der Steuer zu sitzen. Kein Ding. Ich kann dich immer noch hören. So kacke bist du gar nicht. Oh, was für ein Kompliment. Kannst du mich bewerten? Würde mir wirklich helfen. Wettelst du jedes Mal so rum? Verdammt. Und ich dachte wir würden klarkommen. mich einfach nur ins Ziel. Die Cops wollten wohl unbedingt mit dir reden. Es ist überall das gleiche. Sie bilden sich eine Meinung über dich und dann jagen sie dich. Und du bist also unschuldig? Kommt auf deine Definition von unschuldig an. Äh. Nicht schuldig? Also dann bin ich nicht. Easy. Der Dialog ist echt schlimm. I know. Aber manchmal. Hey, Rydell. Yo, kiddos. Ja, ist bei dir? Bin allein unterwegs. Okay, warte mal. Ich gucke mal, ob es auch mit Tastatur so ist. Ich wollte nur sagen, dass der Kunde sehr zufrieden war mit dem Auto. Gut gemacht. Es ist nur mit Controller. Wo bist du? Es ist nur mit Controller. Hat überlegt, hinten bei mir eins von den Bruststücken zu grillen. Ich mache auch die Spezialmarinade von meinem Dad, die ihr so mögt. So zur Feier des Tages. Oh. Bin dabei. Okay. Sag Yes Bescheid, wenn du mit ihr sprichst. Klaro. Jo, was ist? Rydell hat angerufen. Er will was grillen und macht dazu die Spezialmarinade seines Vaters. Bist du dabei? Bin beschäftigt. Komm schon, Yes. Die Kunden mochten die Autos. Und? Er freut sich und will das feiern. Mit uns. Warum ruft er dann nicht mich an? Ich habe die Arbeit gemacht und er will mich mit einem Steak beschwichtigen? Vergiss es. Sprecht euch aus. Du wirst sehen, dass er... Ich habe einen Anruf. Bis später. Jetzt wird der Controller nicht mehr erkannt. Cool. Ich liebe es. Ich liebe es. Es gibt keine Probleme beim Controller. Wow. Es gibt legit keine Probleme beim Controller. Der Controller hat keinen Stickdrift. Nichts. Habe ich noch einen anderen? I guess. Ich spiele einfach mal das Spiel neu. Wissen Sie ich mal einer? Ich spiele immer mal das Spiel neu. Ich spiele einfach mal das Spiel neu. Vielen Dank.